Mein gutes Pferd, ich brauche immer noch einen Namen für das Pferd. Wie wäre es denn, wenn ihr euch einen Namen für das Pferd aussucht? Sprich, ihr schreibt denen in die Kommentare, wie ich mein Pferd nennen soll. Und dann gucken wir mal, wie wir das genau machen. Dann suche ich mir den schönsten aus oder der, der mit den meisten Stimmen kriegt. Wenn denn mehrere dasselbe sagen, denselben Namen sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir unser Pferd nennen sollen. Warum weiß ich jetzt schon, dass da irgendwelche Brony-Namen kommen? Irgendwelche Brony-Namen oder wie man sie nennen möchte. Na, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ich brauche einen Namen für meinen Gaul. Also alles, was da kommt, bitte in die Kommentare. Nachrichten sind auch in Ordnung, aber dann... Nee, Kommentare bitte. Es ist einfacher, glaube ich. Und dann gucken wir mal. So, wo ist der Drache? Da oben... Oh, da oben ist sogar so ein Drachen-Hort-Dings-Gerät. Hier ich hin. Da, da will ich hin. Da gibt es doch dann bestimmt auch noch ordentlichen Loop. Und da ist irgendwie noch so ein Pass. Scheinbar. Ich war ja auch in diesen Teilen noch sehr, sehr selten bisher. Muss man ja einfach mal so sagen. Oh, er kommt schon. Er hat mich schon gesehen. Bis jetzt war ich ja immer eher woanders unterwegs. So im Süden. Beziehungsweise... Nein, ja, eher im Osten von Skyrim. Ach, ich habe hier ein bisschen... Ich muss nur da. Aber leider... Oh, Lydia ist noch gar nicht da. Oh, oh. Das ist ungünstig. Das ist denkbar ungünstig. Pferd? Möchtest du für mich tanken? Ach, da ist Lydia. Ah, zur rechten Zeit. Kommt Lydia vorbei. Oh. Der wusste doch irgendwas. Ich kann keine bösen Drachen schreien. Nein, bleib hier. Bleib hier. Ich habe natürlich eigentlich Drachen-Fall. Das könnte ich gegen dir benutzen. Aber ich denke da immer nicht dran. Denke ich mir jetzt nachher. Warum... Warum staubt das da so? Hat der Drache etwa einen Fahrrad? Der Drache hat vor allem ganz schön Blut ums Maul. Auf Lydia zu fressen. Bringt nicht, um wenn es sein muss. Es ist wahrscheinlich nötig, den Drachen zu töten, Lydia. Du hast ja Vorstellung. Ich habe den in der Luft getroffen. Warum ist der nicht abgestürzt? Und auf was schießt der da? Grabe? So Graf. Wer ist Graf? Oh. Dann will ich direkt vor dem Drachen. Stehen. Der frühe. Ich habe ungefähr... Null Rüstung. Das kann keine gute Idee sein. Ich versuche den immer so zu stunnen. Weil meine Feuerbälle stunnen ja... Rumst. Meine Feuerbälle stunnen ja so ein bisschen. Deswegen versuche ich die immer so zu timen, dass wenn er gerade aus dem... ...Stun wieder rauskommt, dass ich ihn neu stunde. Das sieht irgendwie ungemütlich aus. Mach mal den Mund zu. Hallo? Mach mal den... Kann ich nicht. Ich kann den Drachen nicht bewegen. Schade eigentlich. Hallo? Hey Drache. Ich möchte gerne auch deine Seele haben eigentlich. So. Ich schubs den mal vom Berg runter. Vielleicht kriege ich dann seine Seele. Vielleicht muss der irgendwie erst ordentlich liegen bleiben oder so. Ich habe nur das Gefühl, er bleibt einfach nicht ordentlich liegen. Jetzt ist es doch mal gut da. Leg dich mal genau. Auf den Rücken ist super. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich kriege deine Seele nicht, Lydia. Wollen wir ihn in den Kopf abhacken? Einmal so. Flatsch. Nicht, dann nicht. Drachenknochen. Drachenchuppe. Gold. Makellos. Hast du nicht gesehen. Hier, ich habe da noch ein paar Knochen für dich, Lydia. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, ja, ja. Das sagst du öfters. Das habe ich inzwischen auch durchaus so verstanden. Und jetzt ist es mir noch aufgefallen. Dieses Häuschen. Da war ich schon mal. Und da wohnt so ein Typ drin. Drelas heißt der. Haben wir den schon abgemurkst? Was? So. Du Penner. Du hast mich vor Urzeiten mal... Hast du mich mal voll genervt, ne? Jetzt kriegst du mal auf die Fresse dafür, mein Freund. So. Komm. Oh, Hupala. Entschuldigung, Lydia. Jetzt heilt er sich. Oh, oh. Mir geht das Mana aus. So. Du blöder, dummer Magier. Das habe ich natürlich hier wieder alles schwer durch die Gegend geschossen. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ein Trank der Ausdauer. Den nehme ich doch mal mit. Ne, Lydia? Den nehmen wir mal mit. Ähm. Ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, ob das tatsächlich so der große Plan war, den umzubringen. Aber hey, er hat mich damals getötet. Und das gibt Rache. Ist ja wohl irgendwo klar, ne? So, Alchemiezeug. Das brauche ich irgendwie alles nicht hier. Das nehme ich mal alles mit. Da können wir überall Tränke draus bauen. Können wir irgendwas entzaubern, wenn wir gerade schon mal da sind? Nein. Okay. Ich werde zaubern auch nicht. Ich habe nämlich gerade nichts. So. Hier gibt es noch ein paar Tränke. Ich wusste doch, dieser Typ. Ich wollte ewig schon an diesem Typen hier Rache nehmen. Und jetzt haben wir es endlich. Jetzt ist es mir endlich mal... Ich überlege gerade. Irgendwas war hier noch. Irgendwas Besonderes. Er hat ja auf jeden Fall hier noch ein zweites Stockwerk. Wo irgendwelcher Kram rumliegt. Das ist alles Stehlen. Ich weiß nicht, warum es Stehlen ist. Ich habe ihn ja eigentlich schon getötet. Aber hey. Das ist irgendwie so ein Giftmischer. Weil der hat überall Gift rumliegen. Aber auch Mannertränke zum Beispiel. Kann man immer gebrauchen. Würde ich einfach mal so sagen. Was haben wir da? Gold. Gold ist auch immer schön. Aber hatte der nicht noch... Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass der Typ noch einen Keller hat oder sowas. Hat der Mensch nicht noch einen Keller gehabt? Drossel-Ei. Oh, kein Drossel-Ei. Wo ist sein Keller? Drillers Keller. Oh, Glühstaub. Tja, mein Freund, ne? Kommt das unter den Tisch. Nicht, geht nicht. Schade. Pock. Dann halt so. Ah. Komm, mit angewinkelten Beinen. Kriegen wir dich vielleicht auch unter den Tisch geschoben. Ah. Nee, doch nicht. Oh. Ähm. Pock. Nochmal. Pock. Und nochmal. Pock. Pock. Oh. Ähm. Das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich seinen Keller suchen. Den ich immer noch nicht gefunden habe. Hat der vielleicht doch keinen Keller? Irgendwie werde ich in Erinnerung, dass der Typ einen Keller hat. Aber gut, dann hat der wohl keinen Keller. Dann ist es halt auch egal. Aber wir haben uns an diesem komischen Drehlast-Typen gerecht. Das ist so lange her. Das war, weiß ich nicht, Folge 7 oder sowas? Keine Ahnung. Das war vielleicht sogar noch in den einstelligen Folgen. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir da diesen Typen in seiner Hütte gefunden. Sind da reingegangen. Und auf einmal schießt er uns mit irgendwelchem komischen Kram um die Ohren. Und hat uns halt ziemlich gut auseinandergenommen. Und das ist mir gerade aufgefallen. Drachenhort da umfliegt. Drache rum. Dieser Berg. Hier waren wir schon mal. Und dann habe ich die Hütte gesehen. Und gewusst. Drehlast. Die Sau. Oh. Sebelzahntiger. Die Sau. Also. Wir haben endlich Drache geübt. Drache ist Blutwurst und so. Halt. Moment. Bleib liegen. Ich muss noch deinen Stuff mitnehmen. Wo ist denn mein Pferd jetzt? Jetzt ist mein Pferd wieder irgendwo hingeeiert. Das gibt es doch nicht. Ich bin doch ganz normal hier den Berg hoch. Das heißt theoretisch müsste irgendwo hier mein Pferd noch rumstehen. Theoretisch. Ne. So weit war ich. Aber das kann ja nicht sein. Da ist es. Hier. Snizzles Pferd. Ich werde es jetzt einfach Pferd von Snizzle nennen. Nein. Ich möchte noch einen ordentlichen Namen. Aber aktuell heißt es Pferd von Snizzle. Weil es hat noch keinen Namen. Und das steht dran. Also ist es einfach Pferd von Snizzle. Wie komme ich denn jetzt an den Drachenhort da oben? Kann ich hier einfach so hoch? Ich sehe irgendwie schon, dass das. Keine Probleme gibt. Hey. Awesome. Ich sollte vielleicht gerade mal noch kurz nochmal speichern. Denn Drachenhort ist immer. Da könnte auch noch so ein anderer. Ich stelle mal hier mein Pferd ab. Da finde ich es nämlich wieder. Aber hier könnte man noch irgendwo auch noch so ein anderer Hanswurse rum eiern. So ein komischer Drachenpriester. Und das muss mein Pferd ja nicht unbedingt haben. Dann kratzt das nur ab. Hier wurde ein Troll eher... ...braten. Er braten wurde er. Was ist das? Das ist eine Kuh, glaube ich. Tatsächlich ist es eine Kuh. Und sie hat eine Fell gehabt. Das Kuhfell brauche ich aber gerade nicht. Dankeschön. Einen Totenschädel. Na, den brauchen wir auch nicht. Aber den Schrei wollen wir ganz gerne haben. Na komm. Ich sehe nichts mehr. Waffe entwaffen. Naja. Die ist nicht so geil irgendwie. Aber okay. Ich nehme es erst mal. Was haben wir denn hier? Novii zur Ruhe der Veränderung. Ringsgering. Schloss knacken ist. Aha. Ein Vulkanglas zu Ende. Na ja, komm. Nehmen wir auch erst mal mit. Wir haben ja erst mal noch genug Platz. Und wir sind ja sowieso auf dem Weg in die Stadt. Ergo. Können wir auch ein bisschen was nehmen. Wo ist Lydia schon wieder? Dieses nutzlose Vibesbild. Ist schon wieder zurückgeblieben. Nein, gut. Zugegeben, ich bin mit dem Pferd weggeritten. Das ist... Da kann sie ja auch nicht so richtig gut hinterherkommen. Was ist denn jetzt? Wo bin ich denn vorhin? Also was... Und da ist Lydia. Hey, Lydia, warte. Du bist schon dran vorbei. Hier, gute Frau. Wo ist mein Pferd jetzt? Da ist es. Hallo, Pferd. Oh, ich habe einen Trank vergessen. Hoppala. Und weiter geht's. Speichern natürlich, bevor wir das nochmal looten müssen, falls uns irgendwas passiert. Und ab geht die wilde Fahrt. Einmal bitte den Berg runter. Davon ist irgendwo ein... Das meinte ich nicht. Oh, oh. Hörst du auf mein Pferd zuhauen? Junge. Gibt's dir denn noch ganz sauber? Das habe ich gerade erst gekauft. Ah. So. Da liegt es. Ich entschuldige mich übrigens, dass ich in dieser Folge sehr viel hier mit Zaubern rum... Da steht schon wieder was vor dem Stuhl. Mit Zaubern rumspiele und weniger mit der eigentlich ja angefangenen Einhandwaffen-Kram, den ich ja eigentlich auch noch weiter trainieren wollte. Und ich muss mir da noch ein bisschen überlegen, wie ich... Die Gegner sind auf den Meister alle ein bisschen zu hart dafür, um da so untrainiert an die Sache ranzugehen. Inzwischen, man sieht das ja, ich kämpfe gegen Eistrolle und Blutdrachen und hast du nicht gesehen. Und nicht mehr mit meiner Magie kriege ich die so richtig toll tot. Sprich, wir müssen da erst mal zusehen, dass wir das alles ein bisschen trainiert kriegen. Vielleicht eine ordentliche Rüstung verzaubert kriegen. Und dann... Dann geht es auch mal mit beschworenen Waffen in den Kampf wieder. Aber das, denke ich, werde ich dann in Solitude erledigen. Hier müssen wir schon wieder vom Pferd runter. Denn wir haben eine Eisenerzader gefunden. Und komm, hack! Und nochmal hack! Und nochmal ein Trufter. Bock! 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 Lydia nickt wieder ganz anerkennend. Das ist auch immer schön. Ja, ich weiß, ich mach das gut. Wie wär's denn, wenn du, wenn du sowieso immer hinterherläufst, einfach mal für uns das ganze Erz auf den Weg mitnimmst? Hast du da mal dran gedacht? Aber da bist du wahrscheinlich zu faul für. So, ebenermaßen. Ich bin ja auch zu faul dafür. No? Ähm. Hallo? Wer bist du denn? Guten Tag, Jäger! Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Das ist schön. Was hast du denn zu verkaufen? Werf einen Blick darauf. Nicht, dass ich deinen Kram kaufen möchte, aber ich möchte dir vielleicht Kram verkaufen. Zum Beispiel... Knoblauch? Ja, aber Mammutstoßzähne möchte ich dir gerne verkaufen. Ja, natürlich kein Geld. Das ist ja toll. Aber einen Horkarzahn kannst du dir zumindest leisten. Das ist ja schon mal ganz... Bis zum nächsten Mal. ... ganz schön. Ja, ich glaube, ich werde hier nie wieder vorbeikommen, gute Frau. Oh, guck mal. Du hast eine Essenz der Frostresistenz und es stört dich nicht, wenn ich die mitnehme. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Mit der Wilderei? Du wilderst? Ich dachte, du bist ein Jäger. Da steht nichts von Wilderer. So haben wir aber nicht gewettet. Tja. Naja. Ich tue dir mal lieber nichts. Das geht bestimmt dann doch wieder... ... gegen die Striche des Gesetzes. Und das wollen wir ja nicht. Wo bin ich hier überhaupt gerade? Ah, Richtung Mortal. Okay. Also man sieht hier auch, dieses ganze Gebiet hier habe ich eigentlich noch nicht so richtig erkundet. Nicht so erschlossen. Wir waren aber mehr im Osten von Skyrim unterwegs. Wir waren auch mal... Im Süden waren wir auch noch überhaupt nicht. Hier Falkenring. Noch nie gewesen. Mortal ein bisschen hier in der Gegend... Äh... Mark hat hier ein bisschen in der Gegend und auch ein bisschen in der Einsamkeit. Aber sonst eher so Norden und Osten. Das heißt, wir haben noch einen Haufen westliche Gebiete zu erkunden. Und was ich da bis jetzt von gesehen habe, hat mir eigentlich alles gefallen. Hier ist eine hübsche Gegend. Auch wenn es hier schon wieder angefangen hat zu schneien. Es schneit ja immer und überall in diesem Spiel. Leider. Leider. Wobei... Warum eigentlich... Leider. Es ist doch schön. Es ist doch halt eine eisige Gegend. Da kannst du dann auch mal viel schneien. Oh Pferd, du musst durch den Fluss warten. Äh... Man kann sich leider nicht komplett umdrehen auf dem Pferd, ohne anzuhalten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber das ist alles nur irgendwelches... Gruppzeug. Irgendwelche Hirsche und so. Die interessieren mich alle nicht. Oh, da hinten... Gibt es gerade eine Prügelei zwischen Trollen und... Was war das andere? Kannst du denn, dass das andere irgendwelche Krabben waren? Finde ich ja auch super. Aha. Oh, das... Äh... Das war der falsche Schrei. Satt, aber auch sehr lustig aus. Kann man nicht anders sagen. Ursprünglich wollten... Mein Pferd kommt. Genau. Pferd. Töte den Troll. Hast du gut gemacht. Ein Pferd hat den Troll nicht erwischt. Oh, eine Krabbe. Wo ist denn... Hallo? Was geht mit der Krabbe da? Warum ist der Troll noch nicht tot? Pferd? Was ist bald? Kommi, hilf dir mal. Ich werde dir helfen. Oder so. Welches Krabbencheat? Nein, ich wollte... Nein, nein, nein. Ich wollte nicht. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Ich wollte den Troll durchsuchen. Wo ist der Troll? Hier ist erstmal noch eine Krabbe. Ähm... Hier ist auch noch eine Krabbe. Die habe ich nämlich gerade auch nicht, weil ich auf das Pferd gestiegen bin. Hier ist ein Troll. Na, komm. Und irgendwo muss noch ein Troll sein. Wo ist der andere Troll? Ähm... Ah, da ist der Troll. Ich wollte gerade sagen, der zweite Troll ist weg. Aber nein, er ist nicht weg. Er hatte sich nur versteckt. Im Gras des Sumpfes. Beichern. Denn wir wollen ja nicht alles irgendwie nochmal spielen müssen. Und dann geht es da. Oben ist irgend so eine komische Burg. Ich weiß nicht, was für eine Burg das ist. Sehe schon, dass ich gleich wieder angegriffen werde. Festung Schneefalke. Ne, ich gehe jetzt nicht zu Festung Schneefalke. Das ist nämlich ein... Glaube ich, Umweg. Da oben ist doch schon Einsamkeit. Sehr schön. Und da vorne kommen wir auf dem Weg noch an irgendeinem Ritualstein vorbei. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Denn da wollte ich ja auch mal schauen, ob ich da nicht mal irgendwie was Neues kriege. Und nachdem jetzt langsam das Ganze mit der Magie lernen und so ein bisschen überholt ist, können wir mal gucken, dass wir da irgendwelche anderen Vorteile von kriegen. Wie wäre das denn? Ich halte das für sehr gut. Und hier ist ein Nirnwurz. Den möchte ich natürlich auch noch mitnehmen. Lydia, du brauchst übrigens auch mal neue Klamotten, finde ich. Ich weiß, du hast eine Stahlrüstung oder was auch immer das ist. Aber du solltest eigentlich mal was... Das ist nicht mehr unser Niveau. Lydia? Lydia? Wo ist die schon wieder? Die war doch eben... Ich sehe ja. Ne? Du brauchst mal eine neue Rüstung. So. Was ist denn das für ein Stein? Der Lehrlingsstein. Wer unter dem Zeichen des Lehrlings steht, stellt Magikastell wieder. Hä, ist aber anfällig. Nein. Anfälliger für Magieschaden. Ihr mich auch. Ne, 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 ne. Dankeschön. Ich glaube nicht. Vielen Dank. Ich brauche nicht noch mehr zu einer Glaskanone werden. Das ist nur echt nichts in der Sache. Ah. Ich wundere, dass das hier im Sumpf gerade so wenig los ist. Ich hätte irgendwie erwartet, dass hier richtig... Oh. Richtig was abgeht und... Autsch. Ich habe mich quasi vom... Oh. Genau. Fährt. Super. Oh, das ist ein Schlitter. Das ist nicht super. Die Schlitter haut echt rein. Da hinten ist noch irgendwas Böses. Ich glaube, es ist noch ein... Es ist noch ein Chaus. Das ist... Aua. Ne, es ist eine Krabbe. Okay, das macht nichts. Krabben sind in Ordnung. Chaus sind jetzt nicht so toll. Hallo, bleibst du? Oh, eine Spinne ist da auch noch. Nämlich hat noch irgendwas gerade in den Rücken gepiekst. Ah. Was war das? Hilfe. Was geht hier ab? Das ist aber eine kleine Spinne, ne? Ich habe mich irgendwie größer in Erinnerung. Komm. Lass mal bitte deinen Spinnen. Gib. Wo ist der Chaurus? Da ist der Chaurus. Hat er... Er hat ein Ei dabei. Immerhin. Das Chitin brauche ich jetzt nicht unbedingt. Lulia kämpft gegen nichts mehr. Das heißt, wir sind wahrscheinlich in Sicherheit. Immer noch irgendwo eine Krabbe, glaube ich. Aber eigentlich ist die Krabbe auch egal. Okay, wir gehen wieder auf das Pferd. Und das ist alles die falsche Richtung. Da vorne müssen wir hin, denn da oben ist Einsamkeit. Okay. Da sehe ich irgendwie ein Schiff. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen außenrum. Ich wollte eigentlich mit dem Pferd nicht unbedingt mitten durchs Wasser. Ich glaube, das fehlt das Pferd auch nicht so toll. Weil ich gerade auch nicht so richtig außenrum sehe. Außenrum ist irgendwo da ganz hinten. Nein, egal. Wir haben jetzt ein Pferd. Wir müssen jetzt ein bisschen Verantwortung zeigen. Und es soll sich ja nicht direkt... Ne, Kältung holen. Nicht? Also gehen wir außenrum. So, einmal hier rum. Und hoppala. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Und jetzt brauchen wir irgendwie eine Brücke oder sowas. Oder zumindest einen kleinen Übergang. Eine, eine... Wie nennt man das? Eine Furt. Genau, eine Furt. Furt, 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 Furt. Ne, Furt ist eine Stadt. Furt ist eine Stadt. Das ist wieder was ganz anderes. Snizzle, da hast du dich ein bisschen vertan. Aber über diesen Baumstamm könnten wir rüber reiten, wenn wir nicht viel zu... Wenn wir nicht viel zu inkompetent dafür wären. Und dann können wir da rüber reiten. Das ist auch nicht so tief. Und dann... Oh, das ist doch sehr tief. So viel dazu. Hätten wir auch gleich da hinten durchs Moor schwimmen können. Jetzt ist es zu spät. Hier war eben noch irgendwo eine Krabbe. Übrigens. Die jetzt irgendwie verschwunden ist. Aber das macht nichts. Wir sind in der Segemühle von Einsamkeit. Das heißt, wir sind quasi da. Wir sind im Prinzip angekommen. Ich hoffe, Lydia ist nicht abgesoffen da hinten irgendwo im Fluss. Mit ihrer schweren Eisenrüstung. Mir wird das ja echt wehtun, glaube ich. Wenn ich mit so einer Eisenrüstung schwimmen müsste. Aber die Lydia, die kommt da angestiefelt. Der ist das völlig Banane. Schön. Immerhin. Immerhin. Und damit sind wir dann auch tatsächlich in Einsamkeit angekommen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich dann auch erstmal nochmal eine kurze Pause machen. Und erstmal die ganzen komischen Sachen erledigen, die man immer so erledigt, wenn man in einer Stadt angekommen ist. Zum Beispiel verkaufen, einkaufen, fährt, saubern. Da sind ein paar Kaschid. Was fehlt denn sonst noch? Ja, schmieden sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen. Vielleicht sollten wir ein bisschen Stuff in unser Haus verteilen. Einfach. Ja, warum nicht? Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also bis dahin. Tschüss.